Die patentierte Struktur feiner dreidimensionaler Kanäle aus Sweat Traps, Inner Air Channels und Outer Air Channels ermöglicht sowohl zu kühlen als auch zu wärmen. Ist man aktiv, bildet sich ein dünner Schweißfilm auf der Haut. Überschüssiger Schweiß wird in den Sweat Traps aufgenommen. Dadurch kann der Schweiß sowohl in den Inner Air Channels als auch in den Outer Air Channels auf einer verdoppelten Oberfläche verdunsten und effizient kühlen. In der Ruhephase hingegen füllen sich die Inner Air Channels mit der vom Körper abgegebenen Wärme und bilden so eine isolierende Luftschicht.